Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Boman TSG 7404 Tischgeschirrspüler. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Tischgeschirrspüler für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Tischgeschirrspüler werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So ein kompakter Geschirrspüler hat vor allem einen großen Vorteil. Er verbraucht nicht so wahnsinnig viel Platz. So könnte er insbesondere in einer kleinen Einzimmer-Studentenwohnung oder jedenfalls da, wo man nicht so wahnsinnig viel Platz für so ein Gerät hat, eine besonders gute Figur machen. Für seine kompakte Größe finde ich ihn in Sachen Funktionsumfang dennoch ziemlich stark. Insgesamt betrachtet meiner Einschätzung nach ein faires Angebot für einen Tischgeschirrspüler. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Geschirrspüler ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Geschirrspüler auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spüren, muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Buhmann unterstützt Sie mit dem Tischgeschirrspüler TSG 7404, der auch bei wenig Fläche seinen Platz in Ihrer Küche findet. Kapazität. Das kompakte Gehäuse bietet Raum für reichlich Besteck, Teller, Tassen und Gläser und reinigt Sie mit fünf verschiedenen individuell wählbaren Programmen. Besonders ideal ist der Tischgeschirrspüler in Single-Haushalten, im Ferienhaus oder im Büro. Einfache Handhabung. Mit Hilfe der intuitiven Bedienung ist das Einstellen Ihres benötigten Programms schnell erledigt. Wählen Sie je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aus. Intensivspülen, Universal spülen, Eco in Klammern Sparspülen, 90 Minuten spülen, Vorspülen. Top ausgestattet. Mit den fünf Reinigungsprogrammen wird jede Ladung top gereinigt, egal ob Alltagsschmutz oder Festtagsgeschirr. Zusätzlich beeindruckt er mit seinem sparsamen Strom- und Wasserverbrauch bei geringem Platzbedarf. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Wie bereits gesagt, der größte Vorteil von so einem Tischgeschirrspüler ist, dass er relativ wenig Platz verbraucht. Insbesondere in kleineren Wohnungen könnte er so eine nützliche Figur machen. Aber ob es für dich der passende Geschirrspüler ist oder nicht und ob du sowas überhaupt brauchst, das sind Fragen, die du alleine am besten beurteilen kannst. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Boman TSG 7404 Tischgeschirrspüler. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.